Die B17 ist eine der am stärksten befahrenen Strecken in Augsburg und von Nord nach Süd eine der wichtigsten im Stadtgebiet. Nach 20 Jahren im Betrieb muss diese Haupttangente jetzt saniert werden. Zwischen den Anschlussstellen Holzweg und Stadtbergen wird von Freitag an bis voraussichtlich Anfang Juni gebaut. Und diese Baustelle ist auch unaufschiebbar. Erster Problempunkt ist das eindringende Grundwasser, was zu stehendem Oberflächenwasser und dann natürlich in der Frostperiode zu aufgefrierendem Wasser und Eisbildung führt. Das zweite ist, dass durch den starken Verkehr auf der B17 es zu Spurrillen, insbesondere auf der rechten Fahrbahn führt, was erhebliches Risiko für die Zweiradfahrer, aber natürlich auch für die Autos nach sich zieht. Und das dritte ist die Oberflächengriffigkeit. Als erstes steht die Sanierung der Grundwasserwanner an. Dazu wird auf beiden Seiten der Bürgermeister-Ackermann-Straße der Asphalt abgefräst. Für den Verkehr kommt es deshalb ab Freitagnachmittag zu Einschränkungen. Nur noch eine Fahrspur pro Richtung steht dann für eine Woche zur Verfügung. Danach bleibt es zumindest in der Hauptverkehrszeit vierspurig. In den weiteren Bauphasen werden außerdem Zu- und Ausfahrten gesperrt. Bitten tun wir in erster Linie um großes Verständnis. Die Autofahrer, aber natürlich auch die Anlieger, die an einer Baustelle jetzt dann ja die nächsten acht bis zehn Wochen hier zum Liegen kommen. Wir versuchen in starken Zeiten, wo besonders viel Verkehr ist, am Morgen und am Abend, zumindest in einem Teilbereich die Vierspurigkeit aufrechterhalten. Da dazu, um das gewährleisten zu können, wird es notwendig sein, dass wir in der Nacht arbeiten und am Wochenende. Alle Informationen, auch zur aktuellen Verkehrssituation, gibt es im städtischen Webportal unter www.augsburg.de-b17. Den Weg ins Zentrum kann ab Ostern jedoch keiner mehr verfehlen. Ab da steht nämlich die neue Wegweisung mit insgesamt 85 Schildern. Sie leitet Besucher der neuen Innenstadt für die nächsten zwei Jahre jeweils vom Stadtrand bequem ins Zentrum. Sie leitet Besucher der neuen Innenstadt.